Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Heute begeben wir uns zu einem neuen Auftrag. Wir wurden konsultiert, etwas hier wieder zu tun. Und zwar der The JoeCraft GmbH und CoKG Redstone Service möchte nun zur Tat schreiten. Das heißt, wir gehen hier unser MyCard, unser Shuttle-MyCard. Das bringt uns zu unserer Raketenabschussstation und go, werden wir runtergeworfen. Und befinden uns nun auf dem Highway, auf der Autobahn und steuern unseren nächsten Auftrag an. Auftraggeber ist GamersTime und mit GamersTime natürlich dann zusammen auch Basti. Aber GamersTime, ihm habe ich diese Idee, die ich da mal hatte, vorgeschlagen. Und er war sofort von dieser Idee Feuer und Flamme. Und möchte, dass nun diese Idee eingebaut wird. Und von der Idee möchte ich euch jetzt etwas erzählen. Und diese Idee hat ein bisschen was mit einem YouTuber auch noch zu tun. Und zwar einem YouTuber, der sich CodeCrafted nennt. Und einer sehr, 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 sehr langen Zeit zurück. Wir reisen in das Jahr 2013. Das tun wir gleich. Als erstes steigen wir bei diesem Fahrstuhl aus. Der bringt uns nach oben. Und wir sehen, wir sind wie James Bond durch einen geheimen Hintereingang, durch ein Schlupfloch im wahrsten Sinne des Wortes, hier bei dem Jungle-Biom angekommen, wo sich die ganzen Leute tümmeln. Und hier ist auch schon gleich Ort unserer Mission. Und zwar die Base von GamersTime. Hier wollen wir nämlich möglich machen, was Kevin gerne hätte. Zunächst lagern wir uns mal hier Sachen ein. Denn wir dürfen uns fortan nun auch am Lager von GamersTime bedienen. Das heißt, die Dinge, die wir gerade nicht benötigen, schmeißen wir mal automatisch in sein Sortiersystem rein. Oder andersherum schmeißen wir in sein automatisches Sortiersystem rein. Und da wären wir auch schon. Das hier ist das Objekt der Begierde. Also, wir läuten unsere Ankunft ein. Diese Treppe gilt es zu überarbeiten. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man eine Treppe bauen kann in Minecraft, die automatisch ist. So, und da habe ich ein bisschen experimentiert, rumprobiert. Und da habe ich zum Beispiel das Design hier mal ausprobiert. Das ist so ein Design von mir. Da habe ich mal ein bisschen experimentiert, was möglich ist. Und hier habe ich es schon mal hingekriegt. Das, ja, ihr seht es schon. Das hier oben sich zumindest das hier schon mal abschließt irgendwie, dass wir sowas hier haben. Und dann drückt man nochmal auf den Knopf. Und dann, ja, dann klappt sich hier eine Treppe runter. Und ich habe versucht, das dann weiterzubauen. Und das war ziemlich kompliziert. So, und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Plan. Es muss irgendwie anders gehen. Es muss eine Möglichkeit geben, irgendwie das mit einem Mechanismus. Ich meine, man kennt es, glaube ich. Es gibt ja so einen Mechanismus, den ihr bauen könnt. Relativ einfach von der Schaltung her. Ziemlich effektiv. So, zack, zack, zack. Es darf ja nicht zu kompliziert sein, ne. So, und genau. Es müssen zwei Kolben hier sein. Ja, seht ihr, ihr habt hier so ein Löchlein, ne. Wunderbar. Ein feines Löchlein. Und dann seht ihr, klappt sich da ein Block raus aus. Wundervoll. Alles toll. Kann man da nicht eine Treppe machen. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Es ist saukompliziert. Und wenn es um saukomplizierte Sachen geht, muss man dann, wie bei Lego, auf eine Bauanleitung zurückgreifen. Und hier greife ich auf tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas mache oder eines der wenigen Mal, dass ich das mache. Eine Bauanleitung zurück von niemals Geringeren als eben Codecrafted. Warum hat er nur 96.000? Das geht ja gar nicht. Das ist einer meiner Idole. Einer meiner großen Idole. Finde ich cooler als Mambujambo, wenn ich ehrlich bin. Dieses Video hat er 2013 hochgeladen. 2013, Leute. 2013. Überlegt euch das mal. Ne. 5, 6 Jahre. Überlegt euch das mal, wie lange das her ist. Ich habe diese Schaltung nachgebaut, die er gebaut hat. Und siehe da. 1.14. Wir befinden uns in Minecraft Version 1.14. Und die Schaltung funktioniert immer noch. Sie funktioniert immer noch. Wir haben eine große Fläche. Drücken auf den Knopf und... Bäm. Eine Treppe. Ja. Geil. Oder? Also ist das nicht geil? Und die Treppe verschwindet komplett. Die Treppe kann sogar aus einem anderen Material gebaut sein. Und das ist es jetzt, was wir tun wollen. Diese Treppe werden wir jetzt bei Craft Attack einbauen. Das war meine kleine Idee. Wir gucken, ob wir es schaffen. Denn ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas im Survival nachgebaut. Das wird sehr interessant. Da ist sogar Kevin. Hey Kevin. Hi. Hörst du mich? Ja. Oh, ich habe mich gemutet. So. Das ist gutes Timing. Das ist super gutes Timing. Weil ich just gerade meinen Zuschauern erklärt habe, was wir hier vorhaben zu tun. Und... Okay. Ja, es geht. Es geht. Kein Problem. Wir brauchen ein bisschen Platz dafür. Also, folgendes Design werden wir machen. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht und habe ein Design gefunden, was wir nehmen können. Wir können kein eigenes Design nehmen, weil diese Treppe zu kompliziert ist. Wir nehmen ein Design von 2013. Und das funktioniert immer noch. Und das Tolle bei dem Design ist, dass der komplette Boden zu ist. Und die Treppe kann aus einem ganz anderen Material sein. Die Treppe klappt sich aus dem Boden dann aus. Okay. Es müssen aber Stairs werden. Das ist der einzige Nachteil. Ja, das ist kein Problem. Gut. Das ist ja kein Problem. Wenn du sagst, das geht mit Stairs nur, dann... Ja, es geht. Aber auf jeden Fall. So. Das wird auf jeden Fall mega aufwendig. Dann muss ich den Boden nur umbauen. Aber das ist nicht schlimm. Wir können ja erstmal nur die Treppe abändern. Ja. Und dann passe ich später den Boden vom Lager darauf hin an. Das wird klappen. Genau. Ich zähle jetzt mal ganz kurz aus, wie groß die Maße sind. Und wir müssen ein paar Items organisieren. Ich habe eine Liste der Items, die gebraucht werden. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie groß das Schätzchen ist. Okay? Wir müssen nämlich ein Loch graben. Ich hoffe, wir haben dafür noch hier genug Platz. Platz habt ihr auf jeden Fall genug im Lager. Das sehe ich hier schon. Also. Es ist ein sehr, sehr kompaktes Design. Und sowas finde ich mal richtig cool. Also. Ich zähle das mal ganz kurz aus, wie viele Blöcke das sind. Die brauchen wir. Dann müssen wir gleich ein Loch buddeln hier in deinem Lager. Und dann geht es los. Dann wird da die Technik reingesetzt. So. Wir müssen auch gucken, wo die Treppe hinkommt. Ist das eine symmetrische Geschichte? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, krass. Das ist sogar symmetrisch, die ganze Karte. Das ist ja krass. Okay. Also wir brauchen ein Loch. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Zwei, drei, fünf, sechs. Zwölf mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwölf mal sechs. Ist das Block, ist das Ding groß? Also in der Breite zwölf und in der Höhe sechs oder wie? Zwölf mal sechs und vier Blöcke tief. Zwölf mal sechs. Und die Treppe ist genau in der Mitte von den zwölf. Also wir finden das mal ganz kurz hier raus. Also die Treppe wird in der Mitte sein. Hier. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Kann das sein, dass dein ganzes Lager nicht symmetrisch ist? Ach du. Ah, die Treppe. Okay, jetzt ist es litzig. Die Treppe ist halt nur zwei Blöcke breit. Aber ich hoffe, das stört dich nicht, weil die ist ja eh versteckt, wenn man sie nicht zieht. Ja. Kann man die nicht einfach drei Blöcke breit bauen? Andi, dann wird es komplexer wegen der Mitte, ne? Es geht leider nicht. Es geht allgemein nicht, weil du wirst gleich sehen, wie die Treppe funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass das so ein großes Problem machen sollte, weil die Treppe ja nicht sichtbar ist. Also die verschwindet ja komplett. Wir können die Treppe auch irgendwie etwas weiter rechts oder links bauen. Aber ich würde echt vorschlagen, wir machen das hier. So. Joa, ich kann das ja hier auch easy anpassen, ne? Ich kann ja hingehen und so machen, zum Beispiel. Ja, dann können sie es ja... Ja, aber du müsstest halt das ganze Lager da nach vorne holen, das ist ja auch scheiße. Aber lass es uns, lass einfach. Also pass auf, es fällt eh nicht auf. Normal, die Treppe ist ja am Ende des Tages weg. Du siehst die Treppe ja nicht. Naja, ich sag nur, dann können wir die Treppe hier quasi so machen. Mhm. Dann passt das. Kevin, könntest du diese Kisten hier bitte wegräumen? Ähm, ja, das wird aber kurz was dauern, weil die sind kompletten Stein voll. Ich habe es schon gesehen, hm? Wir haben ja Zeit. So. Du bist jetzt auch gerade bei mir live in der Aufnahme mehr oder minder zu hören. Kevin, ich war neulich bei dir in der Aufnahme. Ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, haben die Zuschauer das schon gesehen? Oder könnt ihr schon gesehen haben? Was wir aufgenommen haben? Ähm, was meinst du jetzt genau hier unten oder wie? Als wir meine Base gezeigt haben, oder kommt das noch bei dir? Achso, das, nee, das könnt ihr noch nicht sehen. Das ist vorproduziert. Das wird noch dauern. Okay. Weiß nicht genau welcher Tag, aber das kommt irgendwann jetzt demnächst. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Ich würde sagen, hier setzen wir das Loch an für die Treppe. Mhm. Smoothstone, obwohl, nee, das geht jetzt noch. So, also. Schon mal kurz Kisten. Mach das, mach das. Ich glaube, ich habe vorhin alle Kisten in Hopper gemacht. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Sechs. Das passt. Und das ist jetzt auch von der Breite. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich glaube, es reicht, wenn ich eine Kiste nehme erst mal. Oh, okay. So. Dieses Loch, was wir jetzt hier haben, müssen wir vier Blöcke nach unten buddeln. Ja. Dann können wir da anfangen, die Treppe zu bauen. Dann schließen wir. Das wird am Ende alles abgeschlossen, aber das ist erstmal das Wichtigste von allem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, Kevin, die wird so geil. So. Willst du nicht hier im Lager irgendwie mal eine Kiste machen, um das Ganze einzusortieren, dass du dann irgendwie Items hier hochbringst? Hm, nur schauen. Meistens machen wir das ja so, wenn wir reinkommen zum Beispiel, dass wir dann die Sachen direkt dort oben einlagern können. Mhm, mhm, mhm. Aber je nachdem wollen wir sowieso das Lager komplett nochmal ein bisschen umbauen. Weißt du, was auch eine coole Idee für das Lager wäre? Wenn du, ähm, hier vor den Kisten diese Blöcke, äh, dass du da drunter einen Minecraft mit einem Trichter herumfahren lässt. Das heißt, wenn du quasi in einer Kiste drin bist und du hast zum Beispiel keinen Platz im Inventar, schmeißt du die Blöcke einfach da runter, ne? Die liegen dann hier so vor der Kiste und werden dann mit dem Trichter-Minecraft aufgesammelt und eingelagert. Okay. Na gut, aber dann müsste ich sie ja abschmeißen. Ich glaube, dass in der Kiste liegen geht dann schneller, oder? Ja, wenn du gerade in der Kiste bist und du möchtest aus der Kiste ein Item rausholen, dann schmeißt du sie eben aus dem Inventar. Dann musst du nicht hin und her rennen, wenn du keinen Platz hast. Okay. Ah. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh, das ist doch cool. Guck das mal an, Alter, was der Kevin hier unten alles ausgegraben hat. Das ist wie so eine richtige Underground-Base. Mhm. Wie lange hast du dafür gebraucht, das auszugraben? Ich habe das an einem Tag gemacht, also, ich habe, keine Ahnung, in einem Livestream, glaube ich, vier Stunden gemacht und dann habe ich für eine Aufnahme acht Stunden Timelapse aufgenommen. Ja, läuft. Jetzt gleich fangen wir an, die Ressourcen, die wir brauchen, für die ganze Sache zu organisieren. Wir brauchen irgendein Building-Material, also irgendein Baumaterial. Davon brauchen wir die meisten Sachen, und zwar 81 Stück. Das kann ein Stein sein. Ich würde ganz normalen Clean Stone nehmen. Oder hast du gerade massig viel Smooth Stone? Ähm, Smooth Stone kann ich uns jederzeit auch herstellen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal Smooth Stone machen, dann passt das hier zu der anderen Optik, wenn das alles aus einem Material gegossen ist. Ja, dann mache ich das mal eben schnell. Ich habe ja unten so einen Ofen, dann lasse ich die durchlaufen, schnell. Wir brauchen gleich ein bisschen Slime. Äh, ich habe elf slimige Kolben, insgesamt brauchen wir 16 Slime-Kolben. Ja. So. Wir brauchen, also ich kann mal kurz vorlesen, was wir brauchen. Wir brauchen, äh, 81 Baublöcke, wir brauchen 16 Schleimkolben, schleimige Kolben, wir brauchen 13 normale Kolben. Wir brauchen 30 mal Redstone, wir brauchen 9 Redstone-Fackeln, 18 Redstone-Repeater und 6 Stufen. Wir brauchen noch nicht mal einen Komparator. Aber, krass, halt 2013, ne, die Technik, da gab es noch gar keine Komparatoren und Observer und den ganzen Kram. Die funktioniert immer noch, die Technik, das finde ich das Krasseste, ehrlich, die hat, die hat über 6 Jahre überlebt. Krass. Hm. So. Kisten sind gleich so weit weg dort. Und danach werden wir uns noch Gedanken machen müssen, was für ein Auslöse-Mechanismus wir nutzen. Kannst du mir ein bisschen... Du meinst, um die Treppe zu aktivieren? Korrekt. Wollten wir noch mit dem Item-Frame machen, oder? Genau, ja, ja, das kann alles Mögliche sein. Es gibt mehrere, also da werde ich dir nochmal sagen, es gibt noch andere Varianten. Wir können es mit dem Item-Frame machen, wir können aber auch eine Block-Detection machen. Das heißt, man stellt sich auf einen ganz speziellen Block, oder man bleibt ein paar Sekunden vor der Treppe stehen, und dann klappt die aus, das kannst du mit einem Pufferfisch machen und so. Also, wir haben viele Möglichkeiten. Wir müssen uns einfach überlegen, welches so die... Für dich in der Praxis die beste ist, dass du hier nicht die... Nicht stundenlang aufgehalten wirst durch die Treppe, ne? Es soll ja auch schnell gehen. So. Das Schätzchen ist fertig, also der Bereich ist ausgegraben. Also, ich fand die Idee mit dem Item-Frame ganz geil, weil dann dreh ich mir den einfach so, und dann kann... Ist die Treppe dauerhaft offen, quasi. Ja. Und wenn ich mal weggehe länger oder so, dann dreh ich den einfach zurück, und dann geht die zu. Genau, genau. Das ist eine gute Idee. Mit dem Item-Frame, ich werde nochmal gucken, ich werde die Treppe so bauen, dass sie wahrscheinlich mit einem Knopf bedienbar ist. Das heißt, dass sie sich auch von innen schließen lässt. Und ich werde verschiedene Modi der Treppe einstellen. Also, ich werde es wahrscheinlich machen, dass du mit dem Item-Frame die Treppe für einen Moment öffnest, und danach schließt die sich wieder. Aber ich werde es machen, dass du auch einen Schalter hast, dass die Treppe immer offen bleiben sein kann. Okay, ja, das ist gut. Ja, das ist so wie eine Haustür. Du kannst sie dann abschließen, oder du lässt sie halt offen, wie du möchtest. So. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt kann es losgehen. Das habe ich noch nie gemacht. Das Nachbauen im Survival. Aber hier kommt die Treppe rein. Jetzt kommt es, jetzt baue ich die Falsch herum hier ein. So. So, du sagst, du brauchst Smoothstone. Genau, wir brauchen jetzt erstmal, genau, Smoothstone, wir brauchen irgendwie ein Baumaterial. Und dann geht es los, wir brauchen dann Kolben noch, wir brauchen Verstärker, Verstärker brauchen wir noch eine ganze Menge, und zwar brauchen wir 18 Stück. Redstone brauchen wir natürlich auch, habe ich aber genug. Redstone Fackeln habe ich auch genug. Ja, ich brauche hauptsächlich noch ein paar schleimige Kolben. Ein paar normale, ne, nur schleimige Kolben. Du kannst mir auch Schleim geben. Ich habe genug Kolben. und Verstärker brauche ich. 20 Stück. Ja. Kannst du machen. Ja, ich mache jetzt eben, ich gucke mal eben, ich hatte hier irgendwo, waren hier eben Kisten, glaube ich. Dann stelle ich dir da eine Kiste hin, dann packe ich dir da alles einfach immer rein. Ja, oder warte mal ganz kurz, ich mache es nicht mit, warte auf, ich mache die Technik doch nicht aus Smoothstone, die baue ich jetzt aus einem Cleanstone. Und mit Smoothstone machen wir dann die Decke. Smoothstone brauchen wir erstmal nicht. Ich mache die jetzt mit Cleanstone, die Technik, das geht auch. So. Müssen wir noch einmal ganz kurz uns orientieren, wo die Treppe hinkommt. Die soll in die Mitte des Ganzen. Repeater brauchst du, ne? Ja. Auf jeden Fall. Jetzt keinen Fehler machen hier, müssen wir eben schauen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Welt geht unter. Hm. Mhm, mhm. So. Jetzt wird es spannend. Hm, mhm, mhm. Liebe Zuschauer, also ihr könnt euch das jetzt geben, wie ich die Treppe baue. Wenn ihr euch das nicht geben wollt, dann skippt einfach das Ganze. Ihr könnt vorspulen und nicht vorspulen. Das ist einfach eine lustige Sache jetzt. Ich werde das auch nicht cutten. Ihr könnt es selber vorspulen, wenn ihr es möchtet. Und ansonsten. Ciao, ciao. So, here we go. Also Repeater werde ich gleich brauchen und die klebrigen Kolben werde ich brauchen. Wenn du da was organisieren kannst, werde ich dir schon mal selten geben. Ja, Repeater habe ich die 18 Stück schon in die Kiste gepackt. Klebrige Kolben, wie viel brauchst du? Klebrige Kolben brauche ich jetzt noch sechs Stück. Sechs Stück, okay, dann crafte ich die. Zwei, das sind zwei. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier die richtigen Maße treffe. Das Problem ist immer, den ersten Block zu setzen. Da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen mich orientieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den richtig setzen. Hast du schon mal irgendeinen... Ne, ist das... Hier, die Treppe ist dann so. Das ist quasi da, das ist die erste Stufe. Da ist die zweite Stufe. Da ist die letzte Stufe. Und genau, das ist dann der Bodenblock. So, und hier kommen zwei Blöcke in die Mitte. Sehr schön. So läuft die runter. Die Stairs können aus jedem Material sein, ne? Du kannst auch irgendwie ein anderes Material nehmen, wenn du möchtest. Okay. Das macht die ganze Sache auch mal interessanter. So, jetzt geht's los. Also, hier kommen die ersten beiden Blöcke hin. Ach, Redstone brauche ich noch für Kolben. Was hast du gesagt? Wie viel brauchst du? Vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück? Ich weiß nicht mehr. Äh, Sticky Kolben brauchte ich, glaube ich, noch so sechs, sieben Stück. Ich mach mal acht Stück. Wenn du mal die übrig bleibst, ist es nicht so schlimm. So, hab ich hier in die Kiste gepackt. Perfekt. Und ein bisschen Smoothstone brauchen wir, dass wir das hier als Abdeckung nehmen. Ich weiß nicht, ob du mir da ein bisschen in die Kiste was reinpacken kannst. Juck, packe ich dir rein. Oh, ein bisschen, Kevin, ein bisschen. Übertreib. Jetzt gab es nämlich, da wird sie von dieser Seite die Verstärker anbringen. Die werden, glaube ich, alle auf Stufe drei gesetzt. Genau. Okay, ich habe mich schon für Treppen entschieden, die ich nehmen möchte. Die kommen nachher rein. Die legt auch schon mal die Giste rein. Davon brauche ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Stück. Ja, so ein 40 Stück drunter, die reichen, ja. Auf jeden Fall. Hackeln hier rum. Und. Ganz kurz auf, K. Mach das. Ich bin hier am weiteren Bauen. Das ist ganz schön soweit. Also, wie baue ich das gerade ab, Leute? Ich habe das Video gerade hier auf dem zweiten Bildschirm laufen. Also nicht zweiten Bildschirm, sondern neben meinem normalen Bildschirm. Und da lasst es gerade mit 0,25 Speed laufen. Ihr könnt ja Tutorials verkürzen oder verlangsamen auf YouTube. Und das ist echt ein praktisches Feature, um hier schneller voranzukommen. Denn das Problem ist es, dass diese Schaltung schon ziemlich komplex ist. Jetzt bin ich mal gespannt gleich, ey. Es ist eine sauschwere Redstone-Schaltung. Also sagen wir mal so, Props an den Code Crafted, der hat die entwickelt. Das ist eine sehr verschachtelte Schaltung. Ich meine, ich bin mal ganz ehrlich, ich würde solche verschachtelten Schaltungen nicht so gut hinkriegen. Ich meine, die Logik dahinter verstehe ich. Ich weiß genau, wie die Kolben schalten. Aber das halt so kompakt zu kriegen, ist halt wirklich eine coole Kunst. Also da musst du echt lange, 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 lange nachdenken, dass du Redstone so verschachteln kannst. Weil hier stacken sich gleich mehrere Schaltungen nebeneinander. Das ist schon ziemlich geil. So. Die Kolben schalten, während ich baue ein paar Mal. Das ist völlig okay. Okay. Hier ist wirklich, jeder einzelne Block, den ich setze, hat eine Rolle. Also macht irgendetwas. Da darf kein einziger Block nix falsch gesetzt werden. Okay. Und das macht diese Schaltung so krass. Aber Kevin, du wirst die Schaltung lieben. Du wirst da richtig drauf abfahren. Ich bin gespannt, wie die gleich aussehen wird, die Treppe, wenn die runterfährt. Ich hoffe, die Zuschauer auch, ihr Lieben. Bleibt dran. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel der Treppe schon gebaut. Die Schaltung wird ab jetzt immer komplexer und immer schwerer. So. Ich bediene mich mal kurz der Kolben hier. Wir brauchen gleich die normalen Kolben. Ich bewaffne mich mal ganz kurz im Inventar. Okay. Und weiter geht's. Ah, schick. Mit Die Ride hast du die Treppen gemacht. Das sieht schon mal gut aus. Ah, hier hast du jetzt normale Kolben genommen? Ja. Das ist wichtig, wie die Treppe funktioniert. Weil die normalen Kolben schieben die Treppe quasi hier rein. Ah, okay. Ich glaube, hier kommt ein normaler Kolben hin. Nee, erst mal genau hier ist ein T-Flipflop entsteht hier. Die alte Variante, das alte T-Flipflop. Nee, die Treppe ist nicht zu weit links oder rechts. Der Gang ist drei breit. Ja, das ist genau das einzige Problem. Die lässt sich in drei Blöcke bauen. Und so kann die Treppe halt nur zwei breit machen, Leute. Das geht nicht weiter. Und Kevin, allein das ist schon kompliziert genug. Wenn die Redzone-Schaltung fertig ist, dann siehst du es nämlich. So. Jeder einzelne Blockredzone, den ich ersetze, ist exakt ausgemessen. Der muss genau an dieser Stelle liegen, ansonsten ist das ganze Projekt gestorben. Und nur ein kleiner Fehler reicht schon aus, dass alles nicht mehr funktioniert. Allein wenn du den Repeater falsch einstellst, funktioniert das ganze Ding nicht. Deshalb muss ich mich jetzt konzentrieren, hier keinen Fehler zu machen. Ansonsten dürfen wir nachher die Nadelmauher auf dem Suchen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt zur Hälfte fertig sind. Okay. Ich glaube, wenn ich das jetzt abbauen würde aus dem Video, ne? Ich würde da bestimmt fünf Stunden dran sitzen. Ach, ja, Übung macht den Meister. So, ich kenne, also das Schöne ist halt so ein bisschen, ich weiß halt so wie Redstone tickt und funktioniert. Deshalb kann ich ein paar Sachen etwas einfacher machen. Zum Beispiel, ich weiß hier kann einen Block hin, den ich gerade gesetzt habe. Der macht nichts, ich weiß auf jeden Fall, was diese Schaltung macht. Das ist ein Short-Puls-Generator, den wir hier haben. Der generiert einen kurzen Stromimpuls, der geht jetzt an diesen Block hier weiter. So, dann haben wir hier nochmal eine zweite Sache. Hier ist jetzt der Schaltblock. Geht der Strom hier hoch. Ich habe einen Verstärker, der geht da rein. Aufwendig wird nachher das Ding einzurichten, aber wenn die Treppe einmal läuft, dann ist sie geil. Ähm, habe ich einen Fehler gemacht? Nein, ich habe keinen Fehler. Sieht gut aus. Da muss jetzt ein Block drauf gesetzt werden. Ich hoffe, ich störe dich nicht, wenn ich hier so ein bisschen vor mich herum murmel. Nö, nö, kein Problem. Ich könnte schon mal anfangen, drumherum so eine Wand zu errichten, damit das gleich verkleidet ist. Ja, das wäre ein gutes Teamwork. So, jetzt kurz ein bisschen Anschlusswanderung. Mal gucken, dass wir jetzt hier keinen Fehler machen. Mal dran vorbei. Okay, das sieht gut aus. Dann mal einwärts doch nicht hier dazwischen. Stopp, jetzt kann es sein, ich kann es ja schon mal einen ersten Fehler gemacht haben, oder? Nein, das sieht auch gut aus. Kannst du es auch gerne mit Glas verkleiden, so ein bisschen von der Seite, dass es vielleicht ein bisschen was sieht. Kannst du klar machen, oder so. Warte jetzt nicht mehr verkleiden an der Stelle, bitte. Achso. Ich werde mich hier gleich ein paar Kolben setzen, damit ich hier ein bisschen was schalten und passieren. Oh, dann von unten könnte ich machen, dass man die Schaltung sieht. Wo ich gleich mal weiß, was... Kein Glas von unten, genau, es muss vorsichtig sein, kein Glas von unten bauen, also baut unten nicht die Blocke ab. Da liegt der Rätsel drauf, der geht kaputt. Und der schaltet auch nicht richtig, wenn er auf dem Glas liegt. Aber hier unten kannst du an die Wand Glas setzen, natürlich. Nee, nee, ich meine jetzt hier so an die Wand. Ich würde jetzt hier die Blöcke wieder so entfernen, quasi. Ah, okay, verstehe, was du meinst. Und dann setze ich hier gleich quasi Glas dran. Ja, ja, ja. Aber da kann ich so machen. So, da haben wir schon die ersten Treppenstufen gesetzt. Okay, das sieht schon mal gut aus, bis jetzt. Jetzt wird's lustig. Aus welchem Wandmaterial wollen wir die Treppe bauen? Auch nochmal ganz wichtig, dass wir da... Okay, da brauche ich mich jetzt hier... Ja, schon gut. Habe ich, glaube ich, jetzt richtig gemacht. Hoffe ich. Sag mal, die Materialblöcke, die kriege ich ja, denke ich mal, easy ausgetauscht zur Not, ne? Ja, kriegst du. Nein, nein, ja, oder so easy ist es am Ende auch nicht, weil manche Wandblöcke darfst du nicht austauschen. Aber das machen wir gleich zusammen, Kevin. Okay. So, jetzt wird's spannend, weil jetzt pushen wir das erste Mal. Okay. Und jetzt wird's lustig. Achtung, dann besetzen wir hier Kolben hin und die pushen jetzt die ganze Treppe rein. Zack, zack. Sieht gut aus. Klapp, klapp, sieht gut aus. Klapp, klapp, funktioniert. Geil. Jetzt musst du mal von oben gucken. Ich finde, allein das sieht schon geil aus. Ja, warte. Bau noch eben schnell hier. Hattest du die hier hingesetzt, den Cobblestone? Ja, der hab ich da auf dem Temprälen gesetzt, hab ich da nach oben hinkommen, gerade für mich. Ja, den kann ich also quasi austauschen eben. Ja. Muss jetzt mal von oben gerade gucken, bevor ich die Technik gleich zumache. Das sieht nämlich wirklich cool aus. Warte. Ja, ich glaube, wir sind so langsam fertig. Viel kommt nicht mehr. Der Bud Detector Switch muss ich noch auf die Seite integriert werden. Den vergessen die meisten. Weil sieht hübsch aus, oder? So. Letzter Check, ob die Treppe soweit einsatzbereit ist. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ist das an der richtigen Stelle? An der richtigen Stelle. Gut, dann können wir jetzt die Treppe fertig abschließen. So, und? Jetzt handelt es sich nur noch um Sekunden, Kevin, dann können wir die Treppe in Betrieb nehmen. Ja. Das ist mein Input. Okay, wir sind bereit. Gehen wir hier runter von der Treppe. Wir machen den ersten Check-Test. Ein kleines Experiment. Drei, zwei, eins, go. So, Treppe ist jetzt zu. Du siehst jetzt, der Boden ist oben. Ja? Ja. Dass man jetzt drumherum jetzt den Boden baust, wäre jetzt alles zu. Und jetzt öffnen wir die Treppe. Geht's hier runter. Jetzt müssen wir hier, hier ist ein Steinblock, der muss so stehen. Dann musst du quasi hier so eine Art sowas hier machen. Weil ansonsten die Technik nicht richtig angeschlossen werden kann. Du kannst hier unten die Rite auch hinsetzen, dann sieht das ein bisschen netter aus. Kann ich, also hier kann ich aber auch noch eine Treppe hinsetzen bei dem Ding hier, ne? Ich würde hier so eine Art kleinen Bogen drumherum bauen, oder? So einen kleinen Torbogen. Wir müssen nämlich... Das hier kann ich austauschen, sagst du? Ich hab eine Idee, Kevin. Pass auf, was wir machen können. Wir lassen uns hier so eine Art Torbogen drumherum bauen, ja? Und in den Torbogen hier links können wir einen Knopf integrieren, dass du damit die Treppe quasi öffnen und schließen kannst. Warte, ich hol dir mal einen Knopf. Ja, aber ich muss dann, glaube ich, hier alles umbauen unten nochmal. Nee, dann gehst du hier drauf... Ja, das ist halt... Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie du es haben möchtest. Kann ich die zwei Steinblöcke durch Diorit austauschen, ja? Ja, ja, die kannst du durch Diorit austauschen. Aber der Spaß ist natürlich jetzt hier oben, wenn wir hier oben mal alles zumachen, wenn wir jetzt quasi hier sind, wir tun jetzt mal so, dass hier nichts mehr ist. Wenn die Treppe jetzt schaltet, du siehst hier oben nichts mehr. Achtung, 3, 2, 1. Alles zu. Keiner sieht hier was. Ah, ich werde unten auf jeden Fall das nochmal ändern dann, dass das alles symmetrisch ist. Weil das stört mich jetzt. Ja, klar. Ich kenne die Kerke, Herr Winn. Und wie, wie, die Treppe jetzt wieder? Ja, wo ist die Treppe hin, ne? Da ist sie. Ja, hast du jetzt hier so einen... Ah, du hast jetzt hier... Ja, ja, ich werde das jetzt alles eleganter machen. Ja, warte, ich muss das mal testen. Was sagt ihr Zuschauer? Ist geil, oder? Ja. Wir müssen nochmal gucken, dass du hier unten das mal ein bisschen schöner machst. Ich werde jetzt mal ein bisschen Set-Technik hier einbauen. Das würde ich allerdings im nächsten Part machen. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.